Herzlich Willkommen Kryptofreunde. Heute soll es um Tipps und Tricks gehen zum Erreichen des Return of Invests. Zum Erreichen des Return of Invests bei Steppen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, wie ihr auch meinen anderen Videos schon entnehmen könnt. Ich bin extrem gehypt auf dieses Projekt. Steppen macht so viel Spaß und die Verdienste sind wirklich enorm. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon einige Videos zu Steppen gemacht, also falls euch das noch nicht sagt oder ihr einige Fragen habt, vielleicht beantworte ich das ja auch schon mal in den vorherigen Videos. Einmal habe ich natürlich allgemein das Projekt Steppen vorgestellt, dann habe ich ein Video zum Aktivierungscode gemacht. Hier findet ihr ein Video, was ihr beim Schuhkauf beachten solltet, wie ihr euren NFT Sneaker letztendlich effizient hochleveln solltet. Und in meinem letzten Steppen Video spreche ich über meine ersten Ergebnisse. Also schaut es euch auch gerne nochmal an, falls ihr diese Videos noch nicht gesehen habt. Heute möchte ich euch eben gerne mal vorstellen, wie ich jetzt so in den letzten Tagen verfahren bin. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja auch, hier sein Investment ein bisschen früher rauszubekommen wieder. Ich verknüpfe dann auch wieder meinen iPhone Bildschirm, damit ihr direkt meine Daten sehen könnt von der App. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet auf meinem YouTube Kanal über NFTs, Play to Earn, Move to Earn oder was eben noch so kommt in der Zukunft, dann lasst mir sehr gerne ein Abo da, falls ihr meinen Kanal eben noch nicht abonniert habt. Ich freue mich über euren Support. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir fangen zuallererst mal hier mit meiner kleinen Excel-Tabelle an, die ich eben gebastelt habe. Das sind jetzt ungefähre Zahlen von meinen Verdiensten und von den Reparaturkosten. Und wie ich so eben bis heute vorgegangen bin, das möchte ich euch jetzt hier eben gerne mal vorstellen. Und zwar habe ich angefangen am 13.04. Man muss sagen, seit dem 13.04., also als ich auch eingestiegen bin, hat sich beim GST-Kurs nicht wirklich was bewegt, was sehr positiv ist. Also wir bewegen uns momentan wirklich immer noch eher Richtung 5 Dollar als Richtung 4 Dollar, was echt genial für den Verdienst ist einfach. Aber natürlich verdient man am Anfang einfach auch noch ein bisschen weniger. Mein Schuh war ja auch Level 0. Also am ersten Tag, wie erwähnt, auf jeden Fall 24 Euro. Am zweiten Tag habe ich dann schon 28 Euro verdient. Ich habe mehr verdient, weil ich direkt die 24 Euro, die ich am Anfang verdient habe, sofort wieder in ein Access-Upleveling gesteckt habe. Ich war jetzt also Level 1 schon und habe hier 28 Euro verdient. Am dritten Tag steht jetzt hier schon eine 45. Diese Zahl ist aber ein bisschen verfälscht. Man muss es so sehen, alle 6 Stunden bekommt man ja Energie. Und ich war hier wirklich auch verschieden laufen. Also ich war hier wirklich alle 6 Stunden laufen und hatte vom Vortag auch noch ein bisschen Energie. Dementsprechend war da der Verdienst auch ein bisschen höher. Am vierten Tag lag der Verdienst in Euro hier bei 23 Euro. Ich habe jetzt hier die Reparaturkosten nicht komplett aufgeführt. An dem Tag zum Beispiel habe ich auch ein bisschen mehr repariert als an den anderen Tagen. Aber ich habe wirklich alles immer sofort reinvestiert. Also stehen geblieben ist unterm Strich erstmal immer gar nichts. Am fünften Tag, den 17.04. habe ich dann schon 38 Euro verdient. Und am 18.04. eben schon 45 Euro. Was ja wirklich enorm ist. Ich habe es hier geschafft, nach 6 Tagen... Ich habe es hier also geschafft, nach 6 Tagen meinen Schuh auf Level 9 zu leveln, ohne nochmal nachzuinvestieren. Also einfach nur wirklich alles Verdiente direkt wieder reinvestiert, um meinen Schuh hochzuleveln und um dann einfach höhere Rewards zu erhalten. Das können wir jetzt auch hier sehen. Bis hier habe ich alle GST, das war ein ungefährer Wert von 203 Euro, ins Aufleveln meines Schuhs reinvestiert. Und seit Tag 7 von Steppen, also seit dem 19.04. gehe ich jetzt wirklich auch Richtung ROI. Aber warum habe ich meinen Schuh nur bis Level 9 gelevelt? Und zwar bin ich ja schon mal in meinem Video darauf eingegangen, in dem ich erkläre, wie ihr euren Schuh am besten effizient hochlevelt. Wie die Kosten eigentlich sind fürs Aufleveln eures Schuhs. Also ihr zahlt für Level 1 1 GST, für 2 2, für 3 3 und so weiter. Für Level 10 zahlt ihr 30 GST und neuerdings sogar noch 30 GMT. Also das ist wirklich ein enormer Wert. Und da habe ich einfach für mich entschieden, okay, 30 GST und 30 GMT, das entspricht ja dem Wert von 225 bis 250 Dollar circa. Und da müsste man schon eigentlich deutlich mehr verdienen, dass sich das rentiert. Das tut man jetzt aber hier noch nicht aktuell. Also zusammengefasst, die Levelkosten waren für mich hier einfach zu hoch, im Verhältnis zu dem, was man letztendlich mehr verdient. Im Vergleich von Level 1 bis zu Level 9 ist der Sprung schon echt groß. Also wir können hier sehen, ich verdiene auf jeden Fall jetzt hier schon das Doppelte im Vergleich noch zu meinem ersten Tag. Das ist also der Hauptgrund, warum ich mich entschieden habe, nur bis Level 9 zu gehen. Wie verfahre ich weiter? Ich level meinen Schuh jetzt erstmal nicht mehr hoch. So wie der Kurs gerade steht, bin ich natürlich extrem zufrieden, wenn ich zwischen 40 und 50 Euro am Tag verdiene. Sollte der Kurs irgendwann einbrechen, was er natürlich auch irgendwann tun wird. Ich glaube zwar, das dauert noch ein bisschen, aber irgendwann wird es auf jeden Fall passieren. Und wir gehen davon aus, dass ich mein Investment schon wieder rausgezogen habe. Dann kann ich mir gut vorstellen, einfach für niedrigere Kosten GST und GMT zu kaufen, um dann meinen Schuh weiter zu leveln. Jetzt ist aber wirklich erstmal an oberster Stelle Investment wieder rausziehen. Ab da wird Geld verdient. Ihr könnt euch natürlich jetzt freuen, wenn ihr am Tag 40, 50 Euro macht. Trotzdem müsst ihr eure 1300 Dollar erstmal wieder zurückbekommen oder 1400, 1500. Je nachdem natürlich, wie viel ihr einfach für euren Schuh ausgegeben habt. Also zusammengefasst, meine Empfehlung für euch. Levelt euren Schuh bis Level 9. Ihr könnt natürlich einfach alles Erlaufene erstmal reinvestieren. Oder ihr könnt euch auch ganz einfach GST kaufen, damit euren Schuh aufleveln. Dann habt ihr natürlich relativ schnell höhere Beträge, die ihr am Tag verdient. Das könnt ihr frei entscheiden. Aber meine Empfehlung ist auf jeden Fall, geht nicht weiter als Level 9. Zumindest am Anfang. Dann springe ich jetzt als nächstes mal einfach direkt in die App. Jetzt möchte ich euch gerne mal die 0,5-Energie-Theorie erklären. So, ihr könnt jetzt die Startseite von meiner Steppen-App sehen. Wir können jetzt hier die Energieanzeige sehen. Und zwar wisst ihr ja, man hat zwei Energie am Tag zur Verfügung. Alle sechs Stunden erhält man neue Energie. Also 0,5 Energie. Das ist jetzt, wenn man ein oder zwei Schuhe besitzt. Wenn ihr drei Schuhe besitzt, erhaltet ihr schon vier Energie. Also alle sechs Stunden eine Energie. Ich habe jetzt verschiedene Tests durchgeführt. Und zwar, ich weiß nicht, ob es ein Fehler am System ist oder ob das mit Absicht so gemacht ist. Aber Steppen rechnet die Energie immer in 0,2 Schritten, wenn ihr laufen geht. Also was passiert jetzt, wenn ihr jetzt 0,5 oder 1,5 Energie habt? Steppen rechnet 0,2 Energie. Also bei einem 0,5 Energie-Lauf habt ihr 0,6 Energie zur Verfügung, obwohl ihr eigentlich nur 0,5 hättet. Und ich habe das jetzt auch wirklich mal getestet. Ich zeige euch das jetzt auch mal anhand von Beispielen. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal diesen Lauf zum Beispiel. Ich hatte hier nur 0,5 Energie. Und es hat mir tatsächlich 0,6 Energie eben berechnet. Ich habe mit diesem Lauf 0,6 Energie eben verbraucht und habe 3,18 GST verdient. Gebraucht habe ich für diesen Lauf ca. 3,5 Minuten. Und ich bin nicht mal einen halben Kilometer gelaufen, also wirklich nichts. Was natürlich auch noch sehr interessant ist, aber dazu kommen wir gleich noch. An Schuhreparatur habe ich einen Energiepunkt verloren. Also wir merken uns 3,18 GST für einen 0,5 Energie-Lauf. Bei diesem Beispiel ein Tag später auch selbes Level, alles gleich. Ich habe 2 Energie verbraucht und habe nur, in Anführungszeichen nur, 10,8 GST verdient. Ich bin hierfür knapp 11 Minuten gelaufen, 1,28 Kilometer. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen von dem anderen Wert, dann sind es in dem Fall tatsächlich sogar über 2,5 GST mehr, die ich nur dadurch mehr verdient hätte, indem ich zum Beispiel 4 mal 0,5 Energie verbraucht hätte. Natürlich muss man dafür aber auch 4 mal am Tag laufen gehen, wenn auch nur jeweils 3 Minuten. Also das Ganze ist deutlich lukrativer. Wir können jetzt aber hier sehen, ich habe nur 4 Schuhreparaturpunkte verbraucht. Wenn wir uns das jetzt hier ansehen, hier habe ich auch nur 1 Schuhreparaturpunkt verbraucht. Also mal 4 wäre ich hier auch nur bei 4 gewesen. Jetzt schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Hier bin ich jetzt eben mit 1,5 Energie gelaufen. Also auch hier rechnet Steppen wieder in 0,2 Schritten. Ich habe also nicht 1,5 Energie verbraucht, sondern 1,6. Ich habe jetzt hier 9,22 GST verdient und ich habe 4 Schuhreparaturpunkte verbraucht. Wenn ich jetzt den anderen 0,5 Energielauf dazu rechne, dann habe ich ja mehr Schuhreparaturkosten gehabt, weil ich öfter gelaufen bin. Trotzdem rentiert es sich absolut, weil ihr einfach so viel GST mehr verdient, dass ihr die erhöhten Schuhreparaturkosten deutlich ausgleichen könnt. Das ist zumindest zum aktuellen Kurs der Fall. Also hier jetzt eben ein weiterer Punkt, wie ihr schneller zu eurem Return of Invest kommen könnt. Geht entweder zweimal am Tag laufen, also einmal mit 1,5 und einmal mit 0,5 Energie, wenn ihr nicht so viel Zeit habt. Oder am besten natürlich, aber das ist schon relativ zeitaufwendig, man will ja auch mal schlafen und so weiter. 4 mal 0,5 Energie. Hier holt man tatsächlich sogar 2,4 Energie raus am Tag. Also richtig interessant. Keine Ahnung, ob es ein Fehler ist oder ob das so gewollt ist, aber wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, auch nochmal so ein bisschen anzuschieben, um einfach auch nochmal mehr Geld zu verdienen. Dann möchte ich als nächsten Punkt mal auf die Reparaturkosten an sich eingehen. Viele reparieren ihre Schuhe sofort nach jedem Lauf, um immer auf 100 Punkten zu bleiben. Ich habe es anders gemacht. Meine Energie beläuft sich immer so um die 70 rum. Warum um die 70? Es könnten auch 60 sein, das wäre völlig egal. Aber einen reinen Verdienstverlust habt ihr hier wirklich erst. Wenn ihr unter 50% fallt, dann verdient ihr eben nur noch 90% der vorherigen Einnahmen. Aber warum habe ich jetzt meinen Schuh nicht immer sofort repariert? Hierzu bin ich jetzt mal auf CoinMarketCap gesprungen. Ich habe jetzt hier den GST-Chart offen. Und zwar können wir sehen, dass der Kurs sich wirklich auch, dass es der Ein-Wochen-Chart relativ stabil verhält. Das heißt, relativ extrem stabil verhält er sich. 4,67 Dollar ist immer noch der aktuelle Wert. Und was ich mir jetzt eben gedacht habe, der Kurs ist extrem hoch momentan. Wenn ich jetzt wirklich die GST verwende bei diesem Kurs, um meinen Schuh zu reparieren jedes Mal, habe ich natürlich auch höhere Kosten, als wenn der Token beispielsweise bei 2 oder 3 Dollar wäre. Und ich denke, wir sind uns einig, dass es irgendwann natürlich auch passieren wird, dass der Token irgendwann auch abrauschen wird. Auf Dauer wird immer mehr GST verdient und natürlich aber auch weniger geburned. Momentan wird ja auch sehr viel GST verbrannt, weil einfach noch so viele Leute ihre Schuhe hochleveln oder minten und so weiter. Also das sollte man natürlich schon auf dem Schirm haben. Natürlich kann es jetzt aber auch sein, dass der Token noch ein bisschen ansteigt am Wert. In diesem Fall ist meine Theorie natürlich nicht die beste. Ich bin jetzt eher davon ausgegangen, dass der Token sich jetzt relativ stabil verhält, beziehungsweise vielleicht sogar ein kleines bisschen absackt. Und deswegen wollte ich einfach die guten Verdienste so schnell wie es geht für mich auscashen. Einfach weil ich auch keinen Verlust damit habe. Ich verdiene genauso viel, wie wenn mein Schuh 100 Energiepunkte hätte. Also Reparaturenergiepunkte meine ich jetzt. Und sollte dann der Kurs kurzzeitig auch mal extrem abfallen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich mal ein bisschen mehr in die Reparatur reinschieße. Aber aktuell nehme ich einfach so viel Gewinne mit, wie es irgendwie nur geht. Ohne natürlich unter meine 100% zu fallen vom Verdienst. Also das ist auch eine Strategie von mir, um einfach noch schneller den ROI zu erreichen. Das ist einfach auf jeden Fall mein Hauptziel. Erstmal Investment wieder raus, um dann einfach völlig cool dabei zu sein. Kursrücksetzer oder irgendwas von der Art können uns dann völlig egal sein. Also auch das eben, wie erwähnt, ein weiterer Punkt, wie jetzt ich eben vorgegangen bin. Jetzt springe ich nochmal in die App. Ihr könnt hier übrigens auch sehen, dass ich wieder einen Aktivierungscode verfügbar habe. Falls ihr einen braucht, schreibt es mir einfach unter das Video. Oder schreibt mir einfach via Discord, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall möchte ich jetzt eben noch darauf eingehen, was ich mit meinen verdienten GST mache. Ihr könnt jetzt hier sehen, ich habe aktuell nur 9,6 GST im Spending. Warum nur 9,6 GST? Ich habe ja eigentlich schon viel mehr verdient. Der Grund ist folgender. Auch hier versuche ich, die sehr guten Kurse einfach wirklich nahezu täglich mitzunehmen. Also ab 10 GST können wir hier vom Spending ja in die Wallet rüberschieben. Ich springe jetzt einfach mal hier in die Wallet rein. Und ihr könnt hier direkt sehen, ich habe jetzt aktuell noch 46 USDC und 30 GMT. Das entspricht dem, was ich jetzt eben in den letzten Tagen verdient habe, seitdem ein Schuh auf Level 9 ist. Warum habe ich jetzt zum Beispiel 30 GMT? Ich habe zum Beispiel GMT gekauft, weil ich dachte, okay, der Kurs war jetzt zum Beispiel gestern relativ gut. Ich gehe davon aus, dass der GMT-Token auf jeden Fall noch steigen wird. Das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung. Das heißt natürlich nie, dass es auch wirklich so eintreffen muss. Auf jeden Fall swappe ich meine GST-Gewinne nahezu täglich dann jetzt eben in USDC. Das Ganze hat einfach folgenden Hintergrund. Die Kurse sind extrem hoch. Und wenn ich aktuell mit beispielsweise 10 GST 45 Dollar habe, dann habe ich ja logischerweise bei einem Kurs von 3,8 Dollar nur 38 Dollar mit meinen 10 GST. Kursschwagungen sind bei Krypto extrem schnell. Ich bin bei diesem Kurs extrem zufrieden. Und deswegen swappe ich einfach relativ schnell rüber. Einfach um nicht alles liegen zu lassen und dann irgendwann mal 1000 GST rüber zu swappen. Die 1000 GST sind aber dann nicht mehr so viel Geld wert wie zum jetzigen Kurs. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber das ist meine Strategie. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn der Solana-Kurs wieder sehr gut ist, wie heute zum Beispiel auch, dass ich dann auch hin und wieder mal wieder in Solana reinschieße. Also auch das ist eine weitere Strategie, einfach wie ich verfahre. Und damit fahre ich auch persönlich wirklich sehr, sehr gut. Ich bin richtig zufrieden, wie es momentan läuft. Meiner Meinung nach ist dieses Projekt echt genial. Zum Schluss möchte ich euch gerne nochmal darauf hinweisen, dass ich mich freuen würde, wenn ihr auch meinem Discord beitretet. Ich habe hier natürlich auch einen eigenen Steppen-Kanal. Und ihr könnt hier auch sehen, hier geht wirklich einiges ab. Also ich bin richtig happy, wie viel hier geschrieben wird und wie viele neue Leute auch durch Steppen in meinen Discord reingekommen sind. Also das freut mich wirklich extrem. Also schaut gerne mal vorbei. Wir haben jetzt mittlerweile schon hier 221 Mitglieder in meinem Discord. Wir schreiben hier über verschiedene Projekte. Vielleicht findet ihr hier schon was Spannendes für euch. Ihr könnt natürlich aber auch selbst Projekte vorstellen. Wir sind mittlerweile echt eine richtig coole Community. Und ich freue mich über jedes neue Mitglied. Ich verlinke euch das wie immer in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Also schaut gerne mal vorbei. Das Ganze ist kostenlos. Ich würde mich freuen. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das waren jetzt von mir mal ein paar Tipps und Tricks zum Erreichen des ROI. Zumindest wie ich verfahre. Ich muss natürlich sagen, dass es keine Garantie ist. Klar, das ist einfach nur meine Herangehensweise. Ein bisschen Erfahrung konnte ich ja bei Krypto mittlerweile auch schon sammeln. Ich hoffe, ich fahre hier gut damit. Ich bin echt gespannt. Schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen rein in die Kommentare. Würde mich interessieren. Oder schreibt es mir natürlich auch einfach in meinem Discord. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war auf jeden Fall nicht das letzte Step im Video. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.